moin leute was geht ab wie geht es mit einer neuen folge von switch das ist mein allererstes nintendo switch video und ich spiele the legend of zelda echoes of wisdom kam am 26 raus heute ist der erste und reingehen im anderen account weil mit meinem account habe ich das schon ausprobiert und das eigentlich war cool auch schon das katzen outfit und so so ich muss sie attackieren ich habe sie besiegt also Was ist das? Haha! Was ist das? Wieso kann ich noch keine Pirouette? So einfach. Die Maus ist zu okay. Die Maus ist zu okay. Die Maus ist zu okay. Komm her du Fledermaus. 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 Die Maus ist einfach zu mordern. Okay, fine. Komm her du Fledermaus. Komm her du Fledermaus. Komm her. Komm her. Ich hab ihn besiegt. Hä? Was? Nein! Zelda, geh raus! Ich hab dir den Pfeiler reingenommen. Geh raus! Lass mich raus! So, ist hier jemand? Hä, was ist das? Okay. Okay. Nein! Ich werde verfolgt! Hilfe! Ah! Hilfe! Hilfe! Tri, mach doch was! Naja, wenigstens zeigt Tri mir den Weg, sonst wäre ich schon längst weg. Ich könnte ja einmal auf einen anderen Account versuchen, was passiert, wenn man einfach in das schwarze Loch fällt. Hilfe! hah! Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Hilfe! Ah! Hilfe! Hilfe! Aua! Ach, zum Glück ist er gestoppt. Nicht mehr da. Boah, die Risse. Und so beginnt das Abenteuer. In The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Das Abenteuer beginnt. Hallo! Wir sind da, um die abzuholen. Oh, hallo! Yay! Yay! Aua! 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 Zeldas Lieblingsplatz wurde einfach weggeschluckt. Aua! 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 Was für eine Freude. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Aua! 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 auch noch einmal ganz offiziell zu hause gekommen als allererstes wollte sicherlich mit dem könig wenn er euch wohl behalten sieht wird er aussah sich sein vor glück ich bin froh dass wir wieder zurück sein als allererstes wollte sicherlich mit dem könig sprechen wenn er nicht wohl behalten sieht wird er aussah sich sein so ich Oh, da ist ein Riss. Kann ich zu dem Brunnen ran? Ich will rein! Das werde ich wohl jetzt später machen können. Schlau, sei wohl. Oh, hallo, Impa! Willkommen zurück, Prinzessin Seiler! Ich habe mir die größten Vorwürfe gesagt, dass ich euch nicht beschützen konnte. Nachdem überall diese Risse aufgetaucht sind, waren die Bewohner von Herbelstadt zutiefst beunruhigt. Nun, da ihr wieder hier seid, werden alle sicherlich neuen Mut fassen. Und ihr seid ganz allein zu uns zurückgekehrt. Unglaublich, wie viel Energie in euch steckt. Ach, was rede ich da? Von euter Freude kann ich mich kaum im Zaum halten. Also los, ihr solltet euch von dem Vater nicht länger warten lassen. Ich bin in derweil schon einmal ein schönes, warmes Bad für euch. Ich will nicht zum Küken. So, ich will in mein Bett schlafen. Aber nichts mit Spaß machen, jetzt gehe ich erstmal zum König. Ich bin jetzt aufgeschlafen und schnell rein. Hä? Du bist ja wieder da. Prinzessin Seiler, ich bin da... Ich war glücklich, euch zu sehen. Prinzessin, wie schön, dass ihr wieder... Und so, gleichzeitig gereicht ist uns euren ergebenden Dienern. Zur größten Schande, dass wir euch die ganze Zeit nicht ausfindig machen konnten. Münsterin Sinstra hat absolut recht. Bitte vergebt uns, dass wir euch nicht seufze eilen konnten. Generaldecks Münsterin Sinstra. Eure Pflichtbewusigkeit erhört. Kann man das nicht skippen. Ich lange wollen. Wie geht es dir? Bist du wirklich ganz... und gar unverletzt? Ach, das bin ich froh. Ein blaues Ungeheuer hat dich entführt, aber da kam ein grüngewandener Schwertkämpfer und hat sich gerettet. Ist das die Wahrheit? So, dieser Herr wird daraufhin von einem geschluckt, dass wir eine Trank... Er hat dir das Leben gerettet, Zelda. Ich wünschte, ich könnte ihm irgendwie helfen. Kann man das hier nicht skippen? Weggezobert, so nimmt man das Volk doch. Wenn jemand plötzlich verständigt wird, als wir von Erdboden verschluckt werden. Wieso jetzt die Musik? Und das betrifft nicht mehr nur Kinder, auch Erwachsene verschwinden spurlos. Auf jeden Fall sollten wir unverzüglich die Suche nach diesen grüngewandelten Schwertkämpfer aufnehmen. Of! Os! 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 Oж! Man ist dead! Was stammelst du herum? Nun sag schon, was geschehen ist. Was? Ist es strackelig? Die Grüße scheinen gerade an verschiedenen Stellen großes Unheil anzurichten. Wie bitte? Atme tief durch und berichte uns die Einzelheiten. Ja. Jawohl. Ey Frau, wie bist du? Oh nein, wer soll denn da jetzt aushelfen? In Sibelia Dorf wurde jemand am helllichten Tag von einem Riss verschluckt und ist seitdem verschollen. Okay, also und auf der Ebene von Hyrule gab es Angriffe durch eigentümliche schwarze Monster. Was für schwarze Monster, was redet der da für ein Unsinn? Besorgnis zerregend. Das erfordert sofortiges Handeln. Lass sämtliche Soldaten antreten. Sie sollen sich schnellstmöglich zum Ausdrücken bereit machen. Jawohl. Sind's drei Sätze, dein Nachforschung zur Natur. Der Riss wird vor und wir müssen einen Weg finden, die verschwunden uns zu rechnen. In Ordnung. Dex, du kümmerst dich um die neu auftauchten Monster. Triff alle Verkehrungen und führe unsere Truppen in die Schlacht. Zu Befehl. Unser Reich steht vor einer schweren Prüfung. Wir müssen den Ursprung der Püsse erbrinden und alle untertan sicher zurückbringen. Oh nein! Ein Riss! Nein, König! General Dex und Sinisterin sind... Aber wieso sind die beiden eigentlich da auch reingegangen? Wieso sind die nicht weggekommen? Papa! Was ist das? Oh nee! Wachen! Bringt sie in den Kirche! Wie bitte die Prinzessin? Söder, mein Anfleisch und Blut hat diesen Riss geöffnet. Wer über eine der Rat gefährliche Macht verfügt, darf nicht frei herumlaufen. Ich würde meinen Augen nicht trauen, aber General Dex und Sinisterin haben es auch gesehen. Nun steht nicht herum. Nehmt sie sofort in Arrest. Jawohl! Zu Befehl! Boah, was wollt ihr von mir? Aber so Leute, ich finde das war es mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo dauernd bis dahin. Tschüss! Hey! 70 Mavor! Musik Mavor! quarters! type